Willst du von überall leben und arbeiten und jeden Tag pure Freiheit genießen? Also quasi ortsunabhängig dein eigenes Business haben? Genau das habe ich mich 2015 gefragt und habe 2015 in Deutschland verlassen und bin dann auf meine Weltreise gestartet. Seit sieben Jahren bin ich unterwegs und habe mittlerweile Deutschlands größten Work and Travel Kanada Blog. Habe letztes Jahr auch mein Kanada Buch veröffentlicht und verdiene mein Geld durch meine Freelance Skills, Webseiten Skills und durch mein eigenes Business. Denn wenn du gerade an einem Punkt bist, wo du vielleicht sagst, boah, mir geht mein 9-to-5-Job auf den Sack, ich weiß nicht, wie es weitergehen soll, ich möchte gerne was eigenes machen, ich möchte nicht 40 Jahre lang für den Traum eines anderen arbeiten, sondern ich möchte für meinen Traum arbeiten. Weil das ist etwas, was mir relativ früh dann aufgefallen ist. Wenn du 40 Jahre lang arbeitest und am Ende dann weniger hast, wenn wir in die Rente gehen, wo wir eigentlich sogar mehr brauchen, weil wir körperlich dann Wehwehchen haben, was ist denn das für ein Leben? Da wollte ich auf jeden Fall selbstbestimmt sein. Kein Chef, der mir morgens sagt, was ich zu tun habe, sondern ich kann selbstbestimmen, was ich möchte, kann etwas machen, einen Impact haben, zum Beispiel mit meinem Kanada Blog helfe ich Menschen. Und das hat mir so viel Spaß und Freude gegeben, dass ich das auch noch verbinden kann, dass ich damit Geld verdienen kann. Denn ich war 2015 an dem Punkt, wo ich keine Ahnung hatte, wie verdient man überhaupt Online-Geld? Wie kann man Kunden gewinnen? Wie kann man, wenn man ein Produkt zum Beispiel hat, weil ich sehe mich selbst gar nicht als Autor, auch wenn ich einen Blog habe und ein Buch geschrieben habe, viele, viele Erstautoren, die gute Schreiber sind, verstehen nichts vom Marketing und denen ihre ersten Bücher floppen, die verdienen kein Geld. Mein Buch, ohne dass ich jetzt seit einem Jahr weiter an diesem Blog gearbeitet habe, ich habe mich einem komplett neuen Business gewidmet, verdiene ich Geld damit. Wie habe ich das Ganze gemacht? Und da habe ich mir jetzt überlegt, ich möchte mein Wissen weitergeben. Wenn du also jemand bist, der wirklich sagt so, boah, mir reicht es jetzt, ich will jetzt an mir arbeiten. Ich möchte den Mindset, ich möchte die technische Unterstützung. Ich weiß nicht, wie das alles geht. Ich brauche jemanden an meiner Seite, einen Coach, der mich durchführt. Ich brauche jemanden, der das selbst schon geschafft hat. Dann habe ich hier was ganz Interessantes für dich, denn ich habe zusammen mit meiner Freundin Susi ein Programm ins Leben gerufen. Und das nennt sich Phoenix Nomades. Das ist ein Coaching-Programm, wo wir sich zum digitalen Nomaden machen. Also drei Monate, in diesen drei Monaten bekommst du Workbooks, jede Woche Zoom-Calls, wo wir über bestimmte Themen eins zu eins miteinander quatschen, wo du Fragen stellen kannst zu den Themen. Du bekommst eine Akademie. In dieser Akademie bekommst du Zugriff auf alle Videos, die wir in Zukunft produzieren werden, also lebenslanger Zugriff. Und du wirst mit diesen Videos das Wissen bekommen, um selbstständig zu werden. Unser Ziel ist es, dich zu coachen, eins zu eins für dich dabei zu sein in einer Gruppe. Es werden am Anfang nur zwölf Member sein, weil wir wollen das Ganze jetzt zum allerersten Mal starten. Wir bauen also quasi die Akademie zusammen mit dir auf. Wir konzentrieren uns auf deine Probleme, auf deine Zielsetzung, auf deine Nische. Wenn du noch nicht so weit bist, holen wir dich ab und helfen dir, deine Traumnische zu finden, dass du dich darin selbstständig machen kannst und geben dir alle Werkzeuge, alle technischen Sachen. Zum Beispiel kenne ich mich jetzt mittlerweile so gut mit Webseiten aus, wie man organisch wächst, sowohl auf den Social Media Plattformen, als auch über Google, SEO, Search Engine Optimization. Ich werde dir all die Sachen zeigen, wie du Kampagnen nutzen kannst, also Facebook-Kampagnen, Google-Kampagnen, damit du Kunden findest, damit du schon, und das ist unser Versprechen, wir wollen dir helfen, innerhalb dieses kompakten 3-Monate-Programm, dass du danach deine ersten Kunden, deine ersten Einnahmen hast und weißt, wie du vorangehen kannst. Dass du einen Social Media Plan hast, dass du einen Content Plan hast, dass du weißt, wie du in Zukunft Kunden akquirieren kannst, was für Produkte du machen kannst, wie du Online-Geld machst, so dass du sofort in die Selbstständigkeit jumpen kannst und dass du auch als digitaler Nomade quasi vorbereitet wirst, den Mindset bekommst, das Wissen hast, dass du dann einfach starten kannst. Wenn dich das mehr interessiert, bewerb dich auf eine der nur 12 limitierten Plätze, wir wollen das Programm im April schon starten. Wenn du einer der ersten 12 sein willst, die bei diesem Programm dabei sind, dann schreib mir noch heute eine Nachricht, geh auf Instagram ex.lima oder geh auf unsere Webseite phoenixnomades.com, den Link findest du unten auch in der Beschreibung mit drin, und dann geh auf das Formular und bewerb dich für uns. Wir haben dann einen Zoom-Call, wir sprechen über das Ganze, da kannst du mir noch mal Fragen stellen, und wir stellen dir das Programm auch noch mal ein bisschen genauer vor, dass du weißt, was du alles erwarten kannst in diesen drei Monaten. Ich kann dir nur Folgendes sagen, das Programm ist Hardcore. Also, wenn du nicht selbstständig werden willst, dann ist das Programm nichts für dich. Du brauchst dich auch nicht bewerben. Wenn du aber sagst, ich will digitaler Normale sein, ich will unabhängig sein, ich möchte gerne das alles wissen, was der Daniel sich in über fünf Jahren beigebracht hat, kompakt in drei Monaten. Und das ist das Versprechen, dass wir dir helfen, diese Lernkurve in nur drei Monaten zu schaffen, anstatt der fünf Jahre. Dann bewerb dich, klicke auf den Link, sag Hi, und wir werden einen persönlichen Call haben. Da ist auch meine Telefonnummer, du kannst mir auch WhatsApp schreiben, wenn du möchtest, und dann haben wir ein erstes Gespräch, und es wird nur zwölf Plätze geben. Und der Vorteil dieser zwölf Plätze ist, dass du zusammen mit einer Community startest. Das heißt, das sind Gleichgesinnte, die zusammen mit dir selbstständig sein wollen. Das heißt, du hast sofort schon Zugriff auf Mastermind, auf die Community, und zu uns, den Experten, wo wir dir helfen können, dein digitales Business aufzubauen. Damit du nicht all diese Fehler und Versuche machen musst, die ich gemacht habe, aber ich jetzt dir davon berichten kann, dir helfen kann und zeigen kann, das funktioniert, das funktioniert nicht. Wenn dich das interessiert, wenn du Bock hast, digitaler Normaler zu sein, wenn du Bock hast, unabhängig, selbstbestimmt, von überall auf der Welt leben zu können, und vor allem etwas für dich selbst zu tun, deinen eigenen Traum, dann melde dich auf jeden Fall bei uns. Und ich freue mich auf dich, auf unseren ersten Call. Klick unten auf den Link, schreib mir Instagram x.lima oder schreib uns per E-Mail oder auf das Kontaktformular, was wir da vorbereitet haben. Und dann entwickeln wir das Ganze zusammen für dich. Also, wenn dir das gefällt und du schaust gerade mein YouTube-Video, hit Like, Subscribe, Dingle Dingle, Bang Bang Gong. Und wir sehen uns im nächsten Video. Das ist eigentlich der normale Spruch, den ich immer so sage, aber den lasse ich jetzt einfach mal so drin. Also, wenn du digitaler Normaler werden willst, ich freue mich auf dich. Mach's gut. Ciao.